So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge! Heute wieder mit Sterzi, Hanno und Kalle! Oh Alter, geiler Backslip hier! So, ich würde erst mal nochmal mit dem Auto fahren. Genau, wir haben bereits schon zwei Folgen aufgenommen, findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich hatte heute auch was vor für meine Folge. Ich habe da nämlich so eine tolle Dachterrasse gesehen, wo ein bisschen Party ging und DJing alle. Da würde ich gerne hin. Ist das machbar? Ja, nimm dir ein Auto und schlägt uns rein. Hey, Hanno, was ist denn das? Wie hast du denn deinen... Oh mein Gott! Hör auf, mir das Auto zu klauen! Einfach mal zusammengefaltet, ey! Müsst du dafür in die City, oder was? Ja, zurück in die City! Einmal bitte! Hey, es ist einfach so gestört! Ich finde, dem Spiel hört es einfach nicht auf, dass man die ganze Zeit erkundet. So, wir haben auch hier wirklich eine riesen Map, ne? Oh mein Gott, ey! Ey, am besten auf den Berg da oben, dann können wir da runtersliden. Ah, da wo wir das Ding bekommen haben, Lena. Ja, muss ich unbedingt. Ich glaube, wenn wir hier aussteigen, reicht es eigentlich schon. Warte mal. Aua! Aua! Ciao! Ich glaube, wir müssen gar nicht auf den Berg. Hier gibt es auch Möglichkeiten, dass man hier hochkommt. Ansonsten habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, hier übel geile Outfits und alles zu kreieren. Möchte ich hier nochmal sagen. Ich möchte gern... Aber wie kauft ihr die denn? Auf Rechtsklick geht es nicht. Du musst immer gedrückt halten. Egal, was du in diesem Spiel tust. Immer gedrückt halten. Links direkt gedrückt halten. Alter! Hier ist ein Nashorn im Käfig. Wut? Befreie es, dann können wir es spielen! Ja, I hope. Wo ist denn mein Outfit jetzt doch? Wo ist mein Hanno hin? Ich hab doch grad was gekauft. Ich hab ein Nashorn. Normalerweise, wenn du es kauft, ist es sofort ausgerüstet. Oh mein Gott. Kannst du mit deinem Gleiter da runterspringen? Alter! Was meinst du, normalerweise, wenn was? Wenn du es kaufst, ist es sofort ausgerüstet eigentlich. Nö. Also, das ist brutal cursed. Wenn ihr zu mir hochkommt, soll ich runterkommen? Das ist wirklich cursed, ja. Ich komm zu euch. Oh shit. So, let's go. Guck dir das an. Was ist denn mit dem Nashorn? Ich hab voll die Lanze. Dieser Satz. Das arme Ding. Guck dir das an. So, zeig mal. Was zur Hölle? Du bist jetzt ein Nashorn? Nein, du hast ihn nur am... Mein Gott. Ja, aber ich hab einfach übelst die Lanze. Na ja. Geil, dann würde ich sagen, nimm den mit. Wie ist das eklig? Wo hast du den jetzt rausgeholt? Der war da oben in einem Käfig. Gibt's da noch mehr? Gibt's ein Zoo? Können wir die alle befreien? Ich weiß nicht. Also, es ist ja auch ausgegraut im Shop, das Nashorn. Kommt doch nicht hoch. Wo? Ja, da musst du es rein... Oder es war da drin, oder was? Jetzt hast du einen Menschen reingeschmissen. Ja, safe. Okay. Wir waren ja auch irgendwie Pfleger, Alter. Ich bin schon wieder voll geschissen. Oh Gott. Ja. Wollen wir zur Party? Ja. Wie kommen wir denn da hin? Folgt mir, Kinder. Ich sag konkret. Ist aber wichtig, dass ihr alle nackt erscheint, ne? Nein. Doch. Ich vergiss es. Nein. Doch. Wir sind hier nämlich... Lass mich nicht dafür... Lass mich nicht dazu zwingen. Wär kein Mann. So. So, hier gibt's irgendwelche Lüfter nach oben. Ja, hier oben. Ich bin jetzt mit in der Stadt. Ja, du setz uns rum. Ich hab halt so'n schönen Feuerwerk. Aua. Aaaaah. Alter. Alter. Meinst du, das reicht? Nee. 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 Ich glaub, wir müssen wieder auf den Berg. Da, da an der Seite. Hier, nee. Hier, hier, hier. Passt schon. Da oben. Ein bisschen Graffiti. Wieso komm ich da nicht hoch? Wieso tue ich mich immer... Aaaaah. Hä, ich hab so dicke Euter. Ja. Ja, gut. Ich komm da nicht hoch. So. Ich bin oben. Leertaste gedrückt heute. Ja, aber der springt ja dann ab. Der musste W dabei die ganze Zeit drücken. Und Leertaste. Mach ich ja. Oh, scheiße. Oh, ich hab... Genau, da hoch. Jetzt schnell die Treppe hier einfach. Und da oben ist die Party, genau. Oh, Mann. Ich hab schon zu viel getrunken. Geht da... Oh, das ist Stardew. Das ist eher so eine Movie-Awards-Verleitung. Aber ich dachte, hier gibt's auch ein bisschen Dachboden-Party hier. Die Verleitung. Ja. Aber wir können hier Fotos machen. Echt so. Mit dem zum Beispiel. So, hier ist der ohne Teppich. Also... Bei dir sind dann nur deine Füße drauf, ne? Alter Schwede! Moin! Ah! Ach, das war ein Typ? Naja. Da waren wir aber auch noch nicht, oder? Oben rechts auf der Map. Irgendwas tut's da hier auch. Ich glaub, wir waren... Wir waren sehr viel noch nie irgendwo. Wollen wir mal nach oben rechts gehen? Können wir machen? Oben rechts? Oben rechts? Oben rechts waren wir noch nicht. Wir würden gerne erkunden. Ja dann. Die Banane dann eat! Okay. Kommen sie! Kommen sie! Geht! Alter! 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 Ist das ne Fortnite-Banane da vorne? Und Stream? Ah! So! Eieieiei! Ich komme! Oh ne Pizza! Aber da kann man überall nicht rein, ne? Und hier exklusiert schon wieder alles. Ne, die Pizzeria kann man nicht rein. Okay, hier ist wieder so ne Katone. Oh ja. Also irgendwie ist es mir zu... Mit dem... Mit der Giraffe hier, du... Ja! Wechselst du dein Outfit wieder? Ja, ja. Einfach mal die Haut abziehen. Was zur Hölle ist das da oben? Junge, das knallt da bei euch nur. Ja, das ist mein... Mein Feuerwerk-Raketenwerfer. Da rüber! Da waren wir noch gar nicht. Na gut. Glaub ich, oder? Da kann man auch richtig schön ne Leidung haben. Ne, es sieht so aus, ja. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Du brauchst dir Hilfe. Guck mal, stell vor, du sitzt hier und dann... Komm einfach so ein Schwein mit... Was hab ich da überhaupt von meinem Gesicht? Zeig mal. Zeig mal. Wieso bist du eigentlich so... Angebraten rosa? Weiß ich nicht. Ich runne hier erstmal ne Runde. Nee, ich bin eher rot einfach. Darf ich wieder... Darf ich auf dir... Ich bin nackt. Darf ich auf dir reiten? Ja, warte. Warte. Nicht du! Auf mir! Genau, seit du dich anstößt. Das ist kein geiler Satz gewesen, muss ich sagen. Hey, und davor meine Euter. Das ist einfach so ordinär. Ist schon was Besonderes. Ist schon was Besonderes. Ja, ich hab dich von deinem Ding mitgebuckt. Was sagst du? Oh Gott, das ist eklig einfach nur. Das sieht so eklig aus. Ja, warte, warte, warte. Du bist dein Name davor. Es wird zensieren. Ah! Ah! Ey, die da rumhängen. Okay. So, Kinder. Ich würde gern mit euch die... Was ist denn das hier? Die City erkunden. Ja, ja. Also, wir sind da rüber. Ey. Richtig gruselig. Moin. Und seine ekligen Glocks. Wer hat da grad gefurzt? Gerzig. Was? Wie geht denn das? Wie röt dich? Hey, was kotzt du denn da aus? Hä? Bin ich das? Ach, ich kotze das aus. Aber warum kotze ich auf einmal? Das kann ich auch... Alter, du kannst hier Gnu-Hörner aussuchen. Wo? Gnu-Hörner. Original Gnu-Hörner. Nee. Was? Warte mal. Hörner. Es gibt hier Gnu-Hörner. Wie rülpst ich? Nee. Ist doch geil. Doch, doch. Wieso fliege ich hier schon wieder durch die Gegend? Wie rülpst du? Auf eins? Nee, wo rülpst man denn? Na ja. Was ist das? Warum bin ich jetzt gelb? Oh, weil ich angeglitscht wurde. So, ich geh jetzt mal hoch. Missing Person. Du, ich hab hier dein Kamerateam hinter dir. Wo? Ich komme. Oh, nice. Ja, wir wollten doch ein Video drehen, oder? Ja, ja. Sehr gut. So, ich komme. Aua. Super. Alter, Max, wieder eine Schwanzflosse da raus. Oh, sorry. Ich wollte gar nicht dich rausschmeißen. Ich wollte eigentlich nur... Aua. So, ich bin da so im Stand hier. Paul. Was zur Hölle? Was ist das hier? Oh, Fahrrad fahren. Seid ihr schon mal hier gefahren? Ist echt schwer. Nee. Wer es zuerst schafft, hat gewonnen. Ich hab's probiert, aber wie Leute, wenn ich ein Skateboard habe... Ja, stimmt, ne? Du musst das A im Gleichgewicht halten. Oh mein Gott, du kannst gar nicht, oder? Ich fahre. Ich kann immer, wenn ich will. Ich fahre. Was? Was? Zeig. Ja, hier. Im Liegen. Leute? Ich... Ich hab's. Leute? Ja, wie? Ich bin unter der Map. Oh nein. Stürzen! Nein! Wie kann ich ein Reads? Kann ich ein Reads fahren? Ich will jetzt Fahrrad fahren. Jetzt mach ich schon wieder was anderes. Runter von meinem Fahrrad. Wie komme ich denn jetzt hier weg? Keck. Stürzen, was siehst du? Ich respawne mal. Ich war einfach nur unter dem Map. Alter, das ist so schwer. Recycling ist fun. Das ist so cursed, man. Es gibt zu viel zu entdecken. Oh, fuck. Oh, scheiße, nein! Wo geht's denn hier rein? Was denn jetzt? Bleib drin, du scheiß Fisch. Oh, Uli, erfährst du das gerade? Was ist denn das hier? Ein Kino! Waren wir nicht hier schon, Freund? Ist ein stinkender Beutel. Nee. Ich glaub, wir waren hier noch nicht. Wir können ins Kino gehen! Wir schauen uns das Anime an. Es gibt die Kawaii Girls. Ich komm vorbei. Oh, da gibt's ja richtig Kohle hier. Boah! Geht mal in die Automaten. Ich hab meine Freundin mitgebracht. Oh, nee, Mann. Wir wollten doch eigentlich ohne Partner machen. Hier ist eine Hüpfburg, ne? Sekunde. Kommt ein Hai rein und schießt sie mit dem Handtuchwerfer ab. Wenn du das jemandem erzählst, kommst du auf jeden Fall in die Klapse. Der kriegt immer eine andere Kälfte. Stimmt! Kannst du einer mit Caps anziehen? Nee, ich kann generell die Leute anziehen. Ja, zieh mich mal an. Das geht irgendwie nicht. Ich schieß halt immer drüber. Welchen Film gucken wir denn jetzt? Äh, ich nehm das Menü 3. Gib mir Popcorn! Ich will das Menü 3, bitte. Ich will jetzt auch in ein volles Kino, aber hier geht's rein. Da ist doch no tape, please stand by. Ich würd hier mal einen einlegen. Ja, mach mal, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Ich bin im Gebäude. Was? Nein. Hast du geklitscht? Ja. Wo? Oh, hier ist ein Fernseher. Ich bin über euch. Ich seh euch auch. Aber ihr mich wahrscheinlich nicht. Moment. Oh, jetzt komm ich runter. Warte. Scheiße. Hey Henno, ich glaub das wird nix. No tape. Hat jemand ein Tape? Oh Gott. Oh Gott. Ne, aber... Ich hab einen Fernseher auf. Ja, ich hab auch einen Fernseher auf. Fernseher. Neue Ausrüstung. Ich zieh den aus. Ich zieh den aus. Ist ja... Das ist mega anstrengend, ja. Oh Gott, Hilfe, ja. Dann nehm ich doch lieber wieder den Delfin. Oh nein. Hey, du siehst so schrecklich aus. Meistens sind ja nicht oberflächlich, aber... Haben wir irgendeinen Film, den wir einlegen können? Wir brauchen einen Film. Wir kommen zwischen und pumpen. Wir brauchen... Du kannst dich aber über M, glaub ich, zu uns teleportieren, Max. Im schlimmsten Fall. Das mach ich. Wo kriegen wir denn den Film her? Ich will einen schauen. Also, ich seh dich nämlich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Du bist einfach im Gebäude da oben drin. Ja. Oh. Uh, was ist denn das? Hä? Was ist denn das? Son. You violated the law. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen bei dir. Also, Flyman war jetzt nicht so ein geiler Film. Ne? Warum ist hier im Wald? Alter, Digga. Du deiner Ante, Bro. Ja, ich bin am trainieren. Für die Gains. Leute, gibt's ne Hüpfburg? Wollt ihr mal zu mir kommen? Na klar. Ich bin ja im echten Leben nie auf Hüpfburgern drauf, aber das muss ich jetzt mal embracen. Ja. Wollen wir aber nicht. Weil ich das eklig finde, wenn alle mit ihren Stinkefüßen da drauf rumspringen. Ja, aber wir haben jetzt auch hier Stinkefüße. Ja, aber das muss ja nicht ich im echten Leben machen. Ja. Oh, der Defi nice. Oh, dieses scheiß Skateboard, Alter. Wie hoch kann man eigentlich hüpfen, ey, meine Euter? Wie sich in Slow-Mo bewegen. Aui. Wir treten von Benedikt, aber mein Skateboard hat ihn dann erschlagen. Genau so muss das auch laufen. Benedikt? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würd hier nochmal ein bisschen erforschen. Uhuh. Leute, also ich reize grad das Trampolin ehrenlos aus. Ehre. Das hatte ich vorhin auch. Oh. So. Sushi, da kann man nicht rein. Was ist das hier? Oh. Oh. So. Eine Aufgabe, oder? Ah, okay. Es gibt hier Dunkin' Donuts. Oh, Dunkin' Donuts? Wo? Hier. Wo ich grad hinlatsch. Okay, Sekunde. Da brauche ich was. Hä, was ist denn das da oben? Waren wir da schon? Dystopia? Waren wir schon Dystopia? Ne, was ist das? Sehst du das? Das sieht heftig aus. Komm, wir gehen da hin. Da erwarte ich mir jetzt aber auch was. Da erwarte ich mir was von. Ist übrigens schön, wie die Polizei hier am Arbeiten ist. Jaja, die... Sie versuchen's. So. Du hast mich... So. Was ist denn das hier? Ist das ein Konzert? Oh mein Gott, dein Ass. Die haben Fotos von dir gemacht. Hä, die machen Fotos von der Leiche. Warte von mir bitte auch noch. Yay. Look at this. So. Schon mal ein Euter im Gesicht gehabt? Okay. Ups. Kinder. Versammeln sie sich vor Dystopia. Ich hab euch Karten gekauft. Ich hab euch Karten gekauft. Willkommen schon. Moin. Oh mein Gott. Alter, wie sieht Max aus? Achso. Wie glücklich du grad gesprungen bist. Ah! Metallica! Metallica-Konzert! Metallica-Konzert und die Deppen. So. Der jetzt wird gestürmt hier. Hawks and Kisses. Aus dem Weg. Ich hoffe es ist ein Konzert. Nein! Ich will pogen! Hilfe! Hilfe! Was ist los? No! Wieso bin ich immer der, der hier ins Water fließt? Bist du abgehauen? Ich wollte ins Meer wieder gehen. Uh, das ist ein Konzert, oder? Ja. So, ich geb jetzt ein Konzert. Geil, Leute! Geil, Leute! Nooo! So. Alter, ich hab wirklich ein Instrument. Ey, macht da grad jemand von euch mal. Hey, seid ihr grad... Ich sei da natürlich vorne. Wieso frag ich eigentlich? Digga, was geht ihr ab? Alter! Ich hoffe, was für ein geiles Konzert. Was ist denn hier heute? Das Konzert, wo das Elektrischeigen... Du, das geht ab, Alter! Ja. Was ist hier los? Oh mein Gott. Guck mal, der Security-Typ auch so. Ja, naja. Und er spielt mit Luftgitarre weiter. Hey, geil! Ihr könnt Schlagzeug spielen! Schaut mal! Ich bin in einer Ziegenband! Ich bin in einer Ziegenband! Digga, was? Guck mal, Leute hier hinten! Habt ihr das... Ihr drückt auf F, dann könnt ihr Musik gut machen. Von 10 Sekunden das komplette Konzert gecrashed. Ja, die haben keinen Spaß mehr. Auf F könnt ihr mitmachen. Das ist doof, ey. Alter, Feuerwerk! Hier ist sogar ein kleines Event. In der Mitte. Ja, okay, lassen wir uns mal reingehen. Ging auf der Höhe wieder. Ja, ja. Ja, ja. Aua! Ypsilon, ihr müsst erst mal teilnehmen, bevor... Kann ich nicht! Dann schmerzt die Box schon wieder direkt. Ypsilon drücken. Gut, dann oben. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Können wir uns mal abbrechen? Ich steh hier und bombel noch ein bisschen. Mir stand nicht mal, dass ich Y drücken kann. Unten liegt aber so ne... Überall liegen Leichen. Die Ziege mit den meisten Konnen gewinnen. Okay. Also, was musst du jetzt... Moment! So, was musst du jetzt machen? Ich bin halt in der Burg um Konzert. Ach so, deswegen bockst du uns die ganze Zeit weg zu schweinen. Naja... Aber ich hatte doch eben zwei Teile. Shit. Ich glaub, die werden die weggenommen dann irgendwann. Ah! Ah, und alle mit ihren blöden Diggern auf. Nein! Digga! Ab ins Meer! Wann ändert das denn? Was hast denn du auf dem Kopf? Deine Kronen! Holy shit! Wie viele Krone hast du auf dem Kopf? 23! Ich glaub, ich bin gar nicht beige... Ich bin gar nicht beigejoint. Und ich fick mich eine. Nee, du hast doch nicht Y gerückt. Egal. Karle Koschinski gewinnt mit 22 Pfeilen. Alter, geil. GG! GG! Ja, es ist sehr verflucht hier. Es ist sehr laut. Alter, hier sind Rutschen! Was? Wo? Oh, süß! Ja! Wie kann ich denn mal mit meinem Ass leiden? Oh yeah! Oh Gott, schrecklich! Oh mein... Ey, da ist ein Pool! Ich will da rein. Das muss ich nochmal ausprobieren. Oh, Hennu, du bist in deinem Habitat! Ich mach Musik für dich. Stimm dich ein bisschen ein. Das ist einfach ein übelster Fiebertraum. Wo auf dem Grund ist ein, äh... Ich würde gern noch als allerletztes da oben aufs Gebäude gehen. Dann bin ich bereit, an Hennu abzugeben. Da oben, wo das X ist. Ah ja. Wer bringt mich da hoch? Äh, man kann da glaube ich einfach... Nee. Ja, mal gucken. Wie man da hochkommt. Hört halt einfach nicht mehr auf hier, ne? Ist halt die Frage, ob man überall hochkommt. Ich glaube schon. Die Polizei. Oh nein. Hast du hier meinen Rucksack? Yes! Isn't this a lobby? Ah, hier ist ein Gerüst an der Seite. Uh! E-Sport, Hennu ist dran! Ja, hier muss man ehrenlos lötern. Eh, es gibt auch so ne Slackline da, wo man wahrscheinlich sogar rübergrinden kann. Ja, dieser Fisch. Oh ja, ich seh's. Ah, da kann man einfach hochjumpen, ganz süß. Ich hab die Slackline schon gefunden. Bist du da hochgekommen? Einfach hinten rum. Wo ist sie denn? Oh! Ah! Falscher Knopf! Scheiße. Ah, hier ist eine Leiter hinten. Ja, genau. Ah, nice. Warte mal. Wo seid ihr hin? Ähm. Hinter das Gebäude. Da wo dieser Wasserturm oben drauf ist. Ja, das mit... Ja, hi. Und jetzt da oben hoch, oder wie? Mit Grinden da hoch, ja. Lass mich bitte los. Ich hasse dich. Ah! Hopf! Nur ein bisschen, leider. So. Dinger. Du musst halt ein bisschen Leertaste spammen. Oder gedrückt halten. Und einen richtigen Moment loslassen. Und dann geht der automatisch hoch, oder? Ja, du musst hier erstmal hochkommen auf den Schacht quasi. Jetzt loslassen, genau. Alter! Dann geht ihr auf den Wasserturm. Da ist hinter so ein Luftding zum Hochboosten. Da müsst ihr... Also hinter dem Wasserturm ist so ein Luftschacht. Da boostet ihr euch auf den Turm und dann könnt ihr mit R auf diesen Kabel hier hochgrinden. Ja, genau. Jetzt rück ich einfach R. Ja. Genau, springt auch dieses Kabel drauf. Und jetzt, genau. Jetzt ist hier Heidi Klum am Start. Oh! Oh! Was ist das? Oh mein Gott! Oh, nicht runter. Oh, hier hinterher ist noch. Oh, da ist noch was. Hier ist ein Flügel. Hier ist ein Flügel. Hier ist ein Flügel. Hallöchen! Oh, wo hast du die Flügel her? Süß! Oh, nice. Alter, damit kann man gleiten. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Die nächste gibt es beim Hand of Uncut-Kanal und alle anderen weiteren Folgen findet ihr unten in der Beschreibung. Wir sehen uns und ich würde sagen, ich habe gewonnen. Schöner Schmetterling. No! Joamam. Ichvidemment! Yes! Ich danke dir! Bis zum nächsten Mal.